Leute, herzlich willkommen. Heute stelle ich euch wieder mal ein technisches Gimmick vor und zwar eine Wi-Fi-Steckdose, wo gleichzeitig eine Zeitschaltuhr integriert ist. Ich habe mittlerweile fünf oder sechs von diesen Zeitschaltuhren bzw. von diesen WLAN-Dosen, wie ich immer sage, im ganzen Haus verbaut. Ich finde das super, vor allen Dingen auch die Abwesenheits-Simulationen. Das heißt, wenn ihr im Urlaub seid, dann könnt ihr einstellen, dass sich zum Beispiel abends von 19 bis 23 Uhr gewisse Lampen bei euch im Haus einschalten. Das simuliert dann quasi von außen erkennbar, dass ihr zum Beispiel nicht weg seid. Also manche fühlen sich da dann sicher nicht, wenn man meint, es wäre wer zu Hause. Einbrecher werden vielleicht abgeschreckt, falls sie meinen, es würde ja wer zu Hause sein, wenn es Licht brennt. Ich zeige euch heute einmal, wie ihr solche Dosen in euer WLAN zu Hause reinintegriert und vor allen Dingen, wie ihr es dann mit der App steuern könnt. Da gibt es viele Sachen, ihr könnt hunderte von so Dosen in eure Handy-App reinintegrieren, in eurem Haus. Ich finde es sehr gut und wenn euch das interessiert, wie das funktioniert, dann bleibt es dran. Für den Fall, dass es noch wen interessiert, ich habe die beim TUM Baumarkt gekauft. Kostet eine Dose um die 9 Euro, ja, also ist jetzt nicht unbedingt sehr teuer. Jetzt schon mache ich einmal hier mit dem Messer, schneiden wir es einmal auf. Das ist jetzt einmal drin, die Dose an sich selbst. Schaut, ja, aus wie halt eine Steckdose, ein bisschen eine größere. Unten ist da noch ein Schalter dabei. Du könntest dann trotz alledem separat ein- und ausschalten, euer Gerät, das halt dann eben letztendlich dranhängt. Was haben wir da noch in der Schachtel drin? Eigentlich nichts mehr, Schachtel leer. Ihr habt dann noch hier eine Schnellstartanleitung drin und noch ein allgemeines Sicherheitsblatt. Die Dosen sind im Endeffekt alle gleich einzurichten, ja. Also ich habe Dosen unterschiedlicher Hersteller. Im Endeffekt sind sie ja alle gleich einzurichten. Ich brauche die Anleitung in dem Sinne nicht mehr, denn ich zeige euch das jetzt direkt live vor Ort, wie das Ganze funktioniert. So, jetzt habe ich mich mal hier am Boden runter verfrachtet, denn hier habe ich nämlich einen Stecker. Ich bin ja gerade in meinem Studio, das wisst ihr aus meinem vorigen Video, das ist immer noch nicht fertig. Aber das bietet sich jetzt an, um hier das Video zu machen. Hier ist unsere WLAN-Dosen und jetzt gibt es einiges zum Beachten. Also ihr müsst jetzt schauen, welcher eurer WLAN-Router der Dose, wo die Dose jetzt letztendlich hier hinkommen soll, am nächsten liegt. Ich habe zum Beispiel bei mir im Haus drei Router, ja. Also nehmen wir mal an, Router 1, der ist jetzt genau über mir. Router 2, der ist 10 Meter dort weg und Router 3, der ist 30 Meter hier. Also muss ich einen Router 1 wählen, weil Router 1 dieser Dose auf seinem zukünftigen Ort am nächsten liegt. Wichtig ist, mit diesem Router müsst ihr euch jetzt auch mit eurem Handy verbinden. Das mache ich jetzt mal und zwar, ich muss jetzt hier meinen Router nehmen, der draußen im Gartenhäuschen steht, weil der liegt nämlich der Dose am nächsten. Also geht es hier quasi auf eure WLAN-Einstellungen im Handy und verbindet es euch jetzt erst einmal mit dem richtigen WLAN. So, jetzt bin ich mit dem richtigen WLAN verbunden. So, jetzt. Und jetzt starte ich die App von dieser Dose. Ich bin jetzt mit dem richtigen Router verbunden und ich habe hier, ich hoffe ihr seht das jetzt, meine ganzen Steuerungen, das ist die Steuerung für die Klimaanlage, das ist die eFamily Cloud, das sind für andere WLAN-Dosen und das ist Link to Home. Das ist dann eben diese App für diese WLAN-Dosen, ja. Da habt ihr aber dann auf der Anleitung einen kleinen QR-Code drauf, da könnt ihr dann den abscannen und dann kommt ihr direkt dahin, wo ihr euch die App runterladen könnt. Da macht ihr dann eben einen kleinen Benutzer-Account, müsst ihr eure E-Mail-Adresse geben, wie immer halt und überall, und dann habt ihr einen Account, so. Jetzt habt ihr hier eure, ihr seht ihr hier, ich habe hier schon zwei drin, einmal Studio Film-Lampen und einmal Studio Säulen-Lampen. Ich steuere meine ganzen Lampen in meinem neuen YouTube-Studio hier draußen mit diesen WLAN-Dosen. So, jetzt gehe ich einmal hier drauf und gehe hier oben auf Gerät hinzufügen. So, jetzt seht ihr hier, Fritzbox 7490, das ist die Box, wo mir am nächsten liegt. Und jetzt braucht ihr von diesem Router euer Passwort, ja, das Passwort, dass ihr quasi auf den Router zugreifen könnt. So, ich habe jetzt hier das Passwort eingesetzt und gehe dann auf OK. OK, so, jetzt, LED blinkt schnell, steht hier, das ist jetzt die Anleitung. Jetzt nehmt ihr eure WLAN-Dose, die ihr gerade aus der Verpackung entnommen habt, und steckt sie ein, beziehungsweise verbindet sie jetzt mit Strom. Und jetzt seht ihr hier gleich, ich hoffe, man sieht es, ja, hier sieht man es, eine kleine LED ganz schnell blinken. Das sieht man jetzt wirklich ganz schlecht, ich halte sie mal hin. Ein bisschen, glaube ich, seht ihr es hier. Eine LED blinkt ganz schnell. Jetzt ist sie in Bereitschaft versetzt, jetzt geht sie hier hin, Gerät suchen. Und jetzt läuft hier oben ein Zeitfenster ab, das sind meistens eine Minute. Macht es euch nichts draus, wenn ihr diesen Versuch zwei, drei Mal wiederholen müsst. Das funktioniert nicht immer gleich nach dem ersten Mal. Die LED hat zu blinken aufgehört, was heißen würde. Und tatsächlich hat er sie bei mir jetzt gleich beim ersten Mal gefunden. Schaut es her, Gerät Innenbereich. Dann geht sie jetzt hier quasi, ihr lasst erst einmal hier die Zeit runterlaufen. Ich habe das auch schon auf Beenden gemacht, dann hat er das Ganze wieder rausgeschmissen. Lasst hier die Zeit runterlaufen, es sind jetzt in dem Fall noch vier oder fünf Sekunden. Zack, dann ist es fertig. Dann klickt sie einmal hier drauf, wählt das Gerät aus und geht es auf Verbinden. Und jetzt hinzugefügt, okay, so jetzt, hier ist die neue Dose jetzt unten hinzugefügt. Das seht ihr jetzt hier. Und jetzt kann ich bereits schon schalten. Ihr hört es jetzt, glaube ich, klicken. Ein, aus. Und das funktioniert auf der ganzen Welt, Leute. Also nicht passiert bei euch in eurem eigenen WLAN, auch im Handynetz draußen, wenn ihr unterwegs seid. Ihr könnt jetzt diese Dose von überall auf der Welt schalten. Das ist das gute an der Sache. Und jetzt zeige ich euch nochmal hier kurz die App. Ich führe euch das jetzt nochmal einmal kurz vor, wie das funktioniert. Ihr seht, dass da hinten meine Lampe, die ich in meinem Studio habe. Die habe ich jetzt mal mit der WLAN-Dose gekoppelt. Und jetzt halte ich euch mal hier von der Seite die App rein. Seht ihr es hier da unten? Das wäre jetzt die neue, die gekoppelt ist. Und jetzt, wenn man hier einmal drückt, zack, dann schaltet sich die Lampe ein. Wenn man nochmal drückt, schaltet sie sich wieder aus. Und das funktioniert wieder super mit allen Dosen. Einmal drücken, schaltet sich die Lampe ein. Und nochmal drücken, schaltet sich die Lampe aus. So, jetzt zur App selbst. So, jetzt zeige ich euch noch ein bisschen was zu der Bedienung bei der App selbst. Ihr könnt nämlich da verschiedene Sachen einstellen. Ihr habt jetzt hier zum Beispiel eure drei Dosen, die bereits der App hinzugefügt sind. Die würdet ihr dann quasi weltweit steuern könnt. Jetzt gehen wir mal auf die neu hinzugefügte. Hier oben auf die drei Punkte. Und jetzt habt ihr hier die Einstellungen für eure Dose, die ihr quasi jetzt machen wollt. Ihr könnt zum Beispiel einen Countdown machen. Da seht ihr, hier unten geht auf ein Countdown. Da könnt ihr das zum Beispiel einstellen. Die Lampe schaltet sich dann in einer Stunde, sagen wir mal in drei Stunden. Und zwei Minuten zum Beispiel schaltet sich die Lampe ein. Ja, ihr könnt das zum Beispiel, wenn ihr jetzt wisst, ihr wollt es abends um 16 Uhr, dann schaltet es ein. Und dann startet ihr den Countdown. Und dann seht ihr hier oben noch drei Stunden und eine Minute, beziehungsweise in dem Fall zwei Minuten, bis zur geplanten Einschaltzeit. Da könnt ihr zum Beispiel einen Countdown erstellen. Ja, ich beende den jetzt, weil ich will den jetzt nicht erstellen. Warte mal kurz, beenden. Und dann ist der Countdown wieder entfernt. Und wenn ihr es wieder neu machen wollt, dann drückt ihr da drauf und geht unten wieder das Fenster auf. So, dann könnt ihr eine Zeitschaltung einstellen. Hier geht es hier einmal auf die Plus-Taste und dann seht ihr hier Auswahlmöglichkeiten. Zum Beispiel könnt ihr auch am Montag, Dienstag, könnt ihr die ganzen Wochentage einzeln auswählen. Jetzt nehmen wir mal an, am Montag wollen wir die Einschaltzeit des Gerätes, weil wir ja im Urlaub fahren. Nehmen wir mal her um, sagen wir mal um 20.05 Uhr. Okay, zack. Und es schaltet sich dann aus am Montag um, sagen wir mal 23 Uhr. Ja, oder 23.10 Uhr. Einfach mal so zur fiktiven Sache. Jetzt schaltet sich das Gerät am Montag um 20.05 Uhr ein und um 23.10 Uhr aus, auch wenn wir nicht zu Hause sind. Dann können wir hier den Dienstag wählen, würde sich das genauso einschalten. Oder ich könnte jetzt für den Dienstag eine andere Zeit programmieren. Sagen wir jetzt am Dienstag, soll sich das Ganze dann schon um 22.10 Uhr ausschalten. Gehe ich auf Okay und so weiter und so fort. Und so könnt ihr das alles programmieren. Wenn ich jetzt hergehe auf täglich, dann wählt ihr alle Wochentage aus oder auf einmalig. Dann muss ich halt selber hier durchgehen, welche Wochentage, dass ich quasi die automatische Zeitschaltung eingeschaltet haben will. Ja, das war jetzt einmal eine kleine Anleitung zu diesen WLAN-Dosen. Wie gesagt, die gibt es für unterschiedliche Hersteller. Die schauen auch nicht immer gleich aus. Die schauen auch meistens unterschiedlich aus. Aber die Funktionsweise und das Einrichtungsprinzip, das ist in der Regel immer gleich. Wie gesagt, ich habe die gekauft beim TUM-Baumarkt, kostet um die 10 Euro. Ja, das war's. Ihr wisst jetzt, wie es hier so eine Dose in euer Netz einprogrammiert, beziehungsweise in euer WLAN. Wenn es euch gefallen hat, das Video, wie immer, kommentieren, abonnieren. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem Gerät habt, schreibt es mir einfach in das Video. Ich wünsche euch was. Bleibt es alle gesund. Ciao, bis zum nächsten Video.